Wir sind Landwirte, genau. Uns beiden gehört dieses Häuschen. Wir sind vor kurzem zusammengezogen, denn unsere Liebe hat einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. Wir haben uns dazu entschieden, gemeinsam unser Leben auf 30 Quadrathektar, äh, ne 30 Quadrathektar, 30 Hektar Land zu verbringen. Ich weiß gar nicht, was Quadrathektar ist. Gibt es denn überhaupt? Ich glaub nicht. Ey, wie heißt denn du? Bei Bauersuchtmann? Ich glaube, ich bin der, ich bin der sanfte Steilgesteffen. Haha, der sanfte Steilgesteffen. Ich bin der Devote Dennis. Jetzt war's doch mal. Drück mal P, drück mal P, dann gibt's den Shop. Ey, ich muss jetzt einfach gucken, ob's den Kramer KL 200 gibt, Junge. Teleskoplader. So, warte mal hier, Traktoren. So, den Hürlimann. Oder ist das der Hürlimann? Ist das ein R oder ist das ein S? Ich weiß nicht. Oh, das kann ich gar nicht erkennen. Der Herr Hürlimann. So, alles klar. Jawohl. Guck mal. Wie, he, he, he. Da ist 40. Boah, guck mal, wie echt das aussieht. Leck mich am Arsch. Ey, das ist voll die geschmeidige Animation, wie das da runterläuft. Ja, ne? Weil, da krieg ich echt einen Harten von. Ja, auch nicht Spaß. Irgendwie ist das erotisch. Irgendwie ist das erotisch. Voll gut. Boah, dafür bist du belohnt heute Abend im Bett, Hardy. Alles klar. Haben wir schon eine Kettensäge? Geh weg von mir. Kettensägemörder! So, jetzt mach ich dir noch eine Glutoris hin. Da ist ein Lackmuster drin. So, warte. So. Voll gut, oder? Ich finde, es ist an der Tomisch absolut korrekt. Warte. So. Ey! Und jetzt rufst du die ein bisschen an. Scheiße, die wird ein bisschen groß. Ja, verwechst du. So, jetzt erstmal das Gerätehof war. Wir können froh sein, dass Jay nicht mitspielt. Jetzt hätten wir doch irgendwelche verfassungswidrigen Symbole in unserem Feld. Da gibt's Konkreise. Ich dachte, wir können froh sein, dass der nicht mitspielt, weil er dann an Kopf und Weg so macht man das oder Tierhaltung oder so ein Scheiß. Ah, nein, Hadi direkt an Season 6. Ja, natürlich. Jay würde uns erstmal Kornkreise nach reichsdeutscher Arten machen. Oh Mann, das Spiel ist so bescheuert. Der ist farbig, also nicht die Afrikaner-Ariante. Der ist echt farbig, Junge. Achso, ich hab mich grad nur von hinten gesehen. Da war er komplett schwarz. So. Aber er ist bunt. Der sieht voll cool aus. Erstmal die Kornkreise rauszuholen. Wieso hast du da hinten da? Meiner ist hier da. What the fuck? Was? Du kannst einfach bis da fahren und mich danach kommen lassen. Das stimmt. Dann bin ich dein Nachkomme. Fuck. Boah, Peter. Leck mir am Arsch. Hey. Ich bin da. Okay, dann lass mich mal zu dir kommen. Jo, kannst du. Ja, jetzt geht's aber. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Guck mal. Voll geil. Können wir die da reinschubsen? Boah. Scheiße, ich weiß nicht, wie man... Kann ich da meinen Penis reinstecken? Aber die reagieren... Oh Mann, die Bauern. Boah, voll geil, ey. Ja, hier so, weißt du. Da kannst du dich draufsetzen. Du bist ausgesaugt, Junge. Ja, aber die Kuh kann man... Die Kuh interessiert sich nicht für uns, glaub ich. Nee. Nee, hier ist auch nur... Wir haben ein braunes mit einem schwarzen Kopf und ein weißes. Ja. So, können wir jetzt bitte noch mal unterschiedliche Gehege einführen? Wieso? Was? Boah. Boah, Peter, du machst Jay echt Konkurrenz, ey. Das ist ja alles nur Jays verarscht. Okay. Peter, man erklärt keine Witze. Dir offenbar schon. Dir offenbar schon! Boah, voll die schönen Häuser, ne? Ohne Spaß. Ey, was ich dir noch sagen wollte bei den letzten Challenge 2. Folgen war immer das Info irgendwie kaputt. Ich hab voll Bock immer, wenn ich hier bei meinem Häuschen mit ein paar Hosen da vorbeikau-baue, laufe, und sehe ich da die Kleine Klappe. Dann hab ich voll Bock auf Ritscher. Ritscher? Auf Ritscher, ja. Mit Richie Rich. Der Ritscher. Wer hat denn diesen Reppel-Brummel gebaut? Nicht ich. Soll der Brunnen werden? Der Grappel-Brummel. Der Dick Grappel-Brummel gebaut. Ausgefährdung, ich finde, ich würde gewissen.